Grüß euch, ich bin es für euch in Berna und heute gibt es wieder ein Video-Sagenbuch. Heute gefreut mich ganz besonders, weil heute in der Umgang-Wohnung will ich heute neu gezwungen sein und einen gehöre ich ganz gut. Und da gefreut mich schon, dass heute in meiner Wohnung was rausgegeben. Ich bin auch immer, ich bin auch in der Lenzübe der Hauptsprecher. Das heißt, ich bin für alle zwei Wohnungen zuständig. Und da muss ich nicht alle den Telefonnagenturfer begrüßen. Und da freut mich schon viel drauf. Und schon gibt es kein Zeich. Ich bin ein wenig rund ums Haus gefahren. Und frohes Wetter ist noch so kalt. Da bin ich, glaube ich, wieder reingefahren. Und den Rest verzehre ich mir. Vielen Dank, Herr Gerberner.